Heiligenkreuz Heiligenkreuz hat eine sehr günstige Lage. Wir sind nur 20 Kilometer von Wien entfernt. Trotzdem liegen wir hier sehr idyllisch im Wienerwald. Als 1802 die Hochschule gegründet worden ist, hätte man es nicht gedacht. Damals ging es mit 10 Studenten los, Schwerpunkt eben Ordensnachwuchs. Inzwischen ist das Ganze sehr groß geworden. Ich glaube, wir dürfen mit Recht sagen, dass wir die größte Priesterausbildungsstätte im deutschen Sprachraum sind. Viele Ordensopere vertrauen uns ihre Studenten an. Und so ist es zugleich eben bei aller Idylle ein kleines Rom der Studienmöglichkeiten, das man im Heiligenkreuz vorfindet. Wir verbinden dich mit Heiligenkreuz diese Einheit von Beten und Studieren. Das ist schon ein wichtiger Punkt, dass Theologie doch eben etwas zu tun hat mit dem Praktizieren dessen, was man lernt. Also eine Musikwissenschaftliche Fakultät wäre eher unvollständig, wenn ich musiziert würde. Sie können sich vielleicht vorstellen, eine solche Dynamik, wie sie hier Platz gegriffen hat, ist auch eine große Herausforderung für eine Gemeinschaft, die an und für sich eine mönchische Gemeinschaft ist. Und dass diese Dynamik diese Gemeinschaft nicht sprengt, das bedeutet einmal, dass es einen Mann gibt, der das Ganze zusammenhält und dass auch viele einzelne Mönche einfach die Spannung des Kreuzes aushalten zwischen Weltgestaltung und der Sehnsucht in Zweisamkeit beim Herrn zu sein. Dass das bisher so gelungen ist und gelingt, ist auch Teil des Wunders. Und ich denke, da sind wir Gottdank schuldig. Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott an der Baustelle der Hochschule Heiligenkreuz. Das Stift Heiligenkreuz gibt es ja schon seit 1133 und natürlich haben wir eine großartige Bibliothek, allerdings ist die unpraktisch. Wir haben die Hochschule hier in einem ehemaligen Wirtschaftshof untergebracht. Es war ganz klar, dass wir auch für die Bibliothek etwas tun müssen. Wir haben deshalb diesen großen Raum hier gebaut, der Studienbibliothek. In wenigen Wochen wird es hier befüllt werden. Wir bringen hier allein 170.000 Bände unter. Die Studenten werden hier studieren können am Ort. Wir wollen ja auch gute Theologen ausbilden. Vielleicht kommen die Studierenden auch deshalb so gerne zu uns, weil man bei uns so ein bisschen Freude am Glauben merkt. Und dieser Raum hier, ein großes Seminarraum wird besonders freudig, denn Sie müssen sich vorstellen, unser Künstlermönch, der Pater Raphael, wird hier diese Wand mit einem großen Glasfenster versehen mit dem Titel Das himmlische Jerusalem. Das wird der große Hörsaal. 120 Studenten haben hier Platz. Auch das müssen wir eben noch restaurieren. Als wir das Projekt Ausbau der Hochschule begonnen haben, habe ich einmal 10.000 Gebetsbildchen, wo das Memorare Gedenke um mildreichste Jungfrau Maria oben gestanden ist, verteilt. Und dieses Gebet hat offensichtlich geholfen. Viele sagen uns ja, ihr Heiligenkreuz habt so viele Berufungen, so viele Studenten. Eure Probleme wollen wir haben. Ich sage immer, aber auch das sind Probleme, die bewältigt werden müssen. Denn wir müssen Platz schaffen eben für die vielen Studierenden, die wir haben. Dass inmitten des Ausbaus auch noch die Situation auftritt, dass wir weit mehr Bewerber im Priesterseminar hatten als Plätze und dass es dann eine sofortige Bereitschaft gab, einmal ein Provisorium mit nicht geringem Aufwand zu bewerkstelligen und dann auch Pläne zu fassen für eine dauerhafte Abhilfe. Das ist alles andere wie selbstverständlich. Man sieht auch, dass die Gläubigen Priester wollen, dass sie ein gutes Gespür haben. Ohne gute Priester keine Zukunft der Kirche, keine Zukunft des Glaubens. Ich hoffe einfach auch auf junge Priester, die dann hier herauswachsen und die dann einmal den ganzen deutschen Sprachraum überschwemmen werden. Auch im Namen der Projektleitung möchte ich mich bei Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender, von ganzem Herzen für Ihre Unterstützung bedanken. Vor in etwa zwei Jahren hat dieses Bauprojekt begonnen und innerhalb dieser kurzen Zeit haben es mehr als 10.000 Spender Sie geschaffen, dass das entstanden ist. Für das alles möchte ich mich von ganzem Herzen bei Ihnen bedanken. Bitte bleiben Sie uns weiterhin verbunden. Wir bauen auf Ihre Unterstützung. Ein herzliches Vergelt's Gott. Ich verbinde mit Heiligenkreuz Menschen, die in voller Überzeugung den Glauben leben, echter Glaube, echter katholischer Glaube, Spiritualität. Heiligenkreuz ist für mich eine Oase der Ruhe hier mitten im Wienerwald. Und die Spiritualität der Mönche prägt hier den ganzen Ort und auch eigentlich den Umkreis. Die Patres wirklich einem vermitteln, wie wichtig der Glaube ist. Man hat das Gefühl, jeder freut sich hier zu sein. Ja, es gibt nicht viele Hochschulen im deutschsprachigen Raum, die man unterstützen könnte. Die staatlichen Hochschulen brauchen keine Unterstützung, aber die privat geführten Hochschulen, wie hier, die allein auf Spenden und ehrenamtliche Arbeit angewiesen sind, die brauchen diese Unterstützung und deswegen tue ich das gerne. Ich hoffe mich von meiner Spende ganz eindeutig, dass die notwendigen baulichen Veränderungen, die ganz dringend schon fällig waren, durchgeführt werden und ich möchte dazu auch meinen kleinen Beitrag leisten. Ich bin auch überzeugt, dass hier vieles geschieht und ich sehe hier den Baufortschritt und weiß, dass diese Spende ganz, ganz großartig hier angelegt ist. Es ist eine kleine Investition in ein gutes Werk. Ja, ich hoffe mir natürlich, wie von jeder Investition oder Spende, dass sie sich vermehrt. Sonst investiert man nicht. Investitionen müssen Zinsen bringen, zwar nicht in finanzieller Hinsicht direkt, aber dass eben ein Mehrwert entsteht an Studenten, an Bildung, an Arbeit im Reich Gottes, das erhoffe ich mir davon. Ich heiße Levente und bin Leiter der Jugend-Wiki-Band. Mein Name ist Shomolvarida Rocha, also wie mein Name schon verrät, ich komme aus Ungarn. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr der Herrlichkeit. Christus, dasselbe gestern und heute, Christus für immer in Ewigkeit. Ja, ich sing sehr gern. Ich bin heute hier, weil wir eine Dank-CD aufnehmen dürfen in Heiligenkreuz. Wir singen vier Lieder. Ich gehöre zur Jugend-Wiki-Band. Ich möchte Sie auch noch einladen, die drei Büroräume des Rektorates mit mir zu besuchen. Das sind die einzigen Räume, die wir nicht umbauen müssen. Sie sind aber auch sehr einfach eingerichtet. Wir haben überall beengten Platz, aber es funktioniert. Hier läuft gerade voll die Neuinskription. Darf ich vorstellen, die Direktorin des Sekretariats der Hochschule, Frau Holla-Gschwandner, schon seit wie vielen Jahren? 15. Seit 15 Jahren schaukelt sie hier den ganzen Betrieb. Wenn es irgendeine Veranstaltung gibt und man nennt ihren Namen, gibt es immer tausenden Applaus, weil sie bei den Studenten wie eine Mutter geliebt wird. Das hier ist das Rektorat der Hochschule, auch zugleich Seminarraum. Ein guter Mann hat mir diese Ikonen geschenkt, sodass wir hier auch eine Stimmung haben, die einfach durchlässig ist auf die Ewigkeit. Das ist ja das letzte Ziel des Theologiestudiums. Nicht bloß zur Bewältigung des Irdischen, sondern mit dem himmlischen Siegespreis vor Augen. Also kommen die Studenten dann durchs Studium. Da sitzen ganz schüchtern Neuinskribierende, die machen gerade ihre Unterlagen. Der Vater Christophorus, kann man zu mir kommen? Man sieht, dass er uniert ist, stimmt das? Uniert getauft. Uniert getauft, ja. Und studiert Theologie jetzt ganz neu bei uns, wir freuen uns darüber. Ein Prämonstratens aus dem Stift Wilten, der auch bei uns jetzt neu im Studium ist. Also wir haben eine bunte Scham, man sieht schon an der Dialektik schwarz-weiß und dann die Synthese. Also das Heiligenkreuz ein buntes Spektrum von Studenten und Lehrenden hat. Sind wir auch froh, weil wir jetzt endlich das machen dürfen, wofür wir ausgebildet wurden. Wir haben das nicht für uns gemacht, damit wir einen tollen Titel haben. Damit wir gescheit sind. Das war nicht für uns. Das ist für die Menschen da draußen, die Christus nicht kennen. Diesen Menschen dürfen wir Gott endlich bringen. Und darauf haben sie uns so gut vorbereitet, wie es wahrscheinlich an keiner anderen Hochschule oder an keiner anderen Universität getan wird. Und dafür danken wir ihnen von Herzen. Vergelts Gott! Applaus Musik 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 Applaus Applaus